Moin, hallo und herzlich willkommen, Mats wieder im Stoff. Und ich muss hier rüber im RPS-T. Ich zieke mich, ich zieke mich. Oh, keine Ahnung, was ist denn? TNT, bitte, 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 ja, geil, 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 zu, das, 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 das Doppelschmutz. So, drüben wieder nochmal. TNT brauchen noch drei Stück. Schieb dich immer vor, irgendwie. Jetzt auf. Auf! So. Jetzt hat's gewurgelt. Hm. Ach man, lass dich mal rüber. Da sind die ganzen Granatenkisten hin. Vorne stand hier eine Million. So. 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 Und welche nimmt er raus und schmeißt, als ich eine Granate schmeißen wollte? Natürlich die, die ich von die Daily abgeben muss. Die Daily abgeben, die die Daily abgeben, die die Daily abgeben. Die Daily abgeben, die die Daily abgeben, die die Daily abgeben. Die Daily abgeben, die die Daily abgeben, die die Daily abgeben. Das ist ein blöder Schwein. Das ist großartige Schwein. Mensch, haltes Maul. Bist du mal ruhig jetzt? Bist du mal ruhig jetzt? Bist du mal ruhig? 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 Noch so einer. Mieses Kasachs. Klaus und schießt einfach. Ah, siehst du mal hier meine Waffe. Bist du mal ruhig? Oh... Oh, das ist richtig. Das war's für heute. Nichts. Scheiß Munition. Keiner beschweren. Keiner. 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 ist Ey, wieder äh, wie vorhin? Willst du nicht mal Kack-Eier? Hier vorn war es ein Skeff. Jetzt hat es ja so einen Blutgeilen NPC über einen Haufen. Keinen Nachs. Ja, Blutgeil. Man kann es nicht anders sagen. Hm, was willst du auch mit der Waffe hier unten, Alter? Ist völlig fair am Platz. Ja, Blutgeil. Ja, Blutgeil. Ja, Blutgeil. 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 und schon wieder um eine fehlfunktion jetzt was ist das wer hat denn die da reingestopft das kann sein dass es ein magazin ist was ich irgendjemanden abgenommen also was kann ins auge gehen davon bin ich ja nicht mal ausgegangen dass da munition drin ist die ich gar nicht schießen kann immer mit dem schlinger finger was soll denn das finde ich umgezogen so 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 er war voll auf dem gesundheitstrip so 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 Scheiße! Scheiße. Der war clever. Der hat sich geduckt. Was? Er rennt weg. Okay, er kommt zurück. Er ist das erste Mal weggeblieben. Oh, hier. Eine nicht jugendfreie Szene. Die muss ich rausschneiden. Die Schmucksteig. Die Schmucksteig. Was ist der denn jetzt schon wieder hin? Oh, es leckt so wahnsinnig. Was ist denn das nur? Hier war schon so eine Ratte dran. Ich habe meinen Loot vergriffen. Ich habe meinen Loot verbracht. Ich habe meinen Loot verbracht. Was kann doch nicht sein, dass hier ein Swerch rumläuft. Die wurden doch gerade beschossen. Friss. Friss. Ich habe meinen Loot verbracht. Ich habe meinen Loot verbracht. Ich störe meine Kreise nicht, du Trottel. Okay. Okay, ich habe genug gesehen. Okay. So. Okay. 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 Draußen ist nur ein schießwürdiger Hund. Okay. 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 Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Nichts. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.